In heutigen Produktvorstellungen möchte ich euch unsere neue Echolotasche XL vorstellen. Die Tasche ist erhältlich in zwei Größen. Bisher hatten wir sie in der Größe 28 x 24 x 32. Als Standardgröße für Echolote bis ca. 7 Zoll Display. Eventuell passen auch 9 Zoll Displays rein. Jetzt unsere neue Variante, da die Nachfrage so hoch war, jetzt auch als XL Variante mit einer Höhe hier von 30 cm und einer Diagonale von 40 cm. Die Tasche hat insgesamt Maße 35 x 21 x 39. Also die XL Variante ist ideal geeignet für Echolote mit einem 9 Zoll Display und eventuell auch je nach Modell für ein 12 Zoll Display. So, zur Tasche selbst, wie ihr so seht, ihr öffnet, passt das große Echolot rein, ihr habt Platz für den Koffer eventuell, wenn ihr eine Portable Version habt und einfach viel Platz für ein Display. Mit diesem Gurt hier kann auf der Rückseite befestigt werden und ihr habt entweder könnt ihr das als Sonnenblende machen oder einfach nach hinten klappen oder das Display offen zu sehen. An der Seite, auf der rechten Seite und auf der linken Seite, verfügt die Tasche noch über zwei kleine Netztaschen, wo ihr Sachen unterbringen könnt, sowie, wichtig, auf der Rückseite nochmal zusätzlich eine Tasche mit Reißverschlussgeschütz, sowie die komplette Echolot-Tasche lässt sich auf der Rückseite nochmal öffnen, dass ihr euer Echolot für hinten bedienen könnt, die Kabel anschließen könnt und so weiter und auch nachher das Kabel zum Echolot-Geber hier ausführen könnt. Auf der Unterseite verfügt die Tasche über vier Gumminoppen, dass es auf dem Boden nicht rutscht und die Tasche geschützt ist, sowie über vier Clips, wenn man zum Beispiel mit einem Schlauchboot angelt, kann die Tasche hier auch befestigt werden am Sitz mit einem Gurt entsprechend. Ausgestattet mit einem bequemen Tragegriff zum Weg ins Wasser, sowie nochmal hier ein Tragegriff. Erhältlich beim Teckel-Dealer für alle, die ein größeres Echolot haben mit Display 9 Zoll bzw. 12 Zoll, ideal geeignet die neue Echolot-Tasche XL. Ich hoffe, ihr könnt euch alles gut erklären, wünsche euch viel Spaß am Wasser, viel Spaß beim Angeln und Petriall. Bis zum nächsten Mal.